Ja gut, das heißt also für uns, wir müssen... Ich will einmal gucken. Wir sind auf jeden Fall da... Au! Das hat wir getan. Ja, meine Aiming-Skills. Hust-Hust. So, Freunde. Jetzt wird hier aufgeräumt. Nix mehr hier mit Mönchen. Hier rum, Mönchen. Jetzt hat es sich ausgemüncht. Wenn ich hier bin. So, jetzt geh jetzt mal baden. Was haben wir denn da unten? Moment, da liegt was. Was ist das? Das ist Munition. Ich aufhebe. Ich weiß gar nicht, wie lange man... Und ein Amu-Siebel-Arena. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange man... Okay, das war ein Secret-Bereich. Ich weiß gar nicht, wie lange man Luft anhalten kann. Das ist alles so weird. Juhu! Er springt dann immer aus dem Wasser. Also würde er sich mega freuen. So, yeah, geil! Wochenende! Ist ja bald schon wieder. Ah ja, Shipyard hieß es ja, ne? Lade nach! Lade nach! So, haben wir. Sonst war jemand ohne Fahrschein? Ich frag für nen Freund. Da hinten sind bestimmt welche oben drauf. Läuft, ne? Wir brauchen ein bisschen Heilung. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger spielen. So, jetzt haben wir wieder 100. Hä, wie cool. Aber ist die Frage... Ist das jetzt ein Secret oder nicht? Oder geht's da einfach nur weiter? Ich sehe dich. Bamala! Nee. Das sehe ich nicht. Das gefällt mir nicht. Wenn ich ehrlich bin. Also wir werden da auf jeden Fall lang gehen. Aber ich will erstmal hier gucken. Vor allem hier im Wasser würde ich gerne mal geben. Weil hier sind bestimmt Secrets versteckt im Wasser. Haben wir ja schon gesehen eins. Da hinten steht einer. Okay, wenn wir jetzt eh indoor sind. Dann würde ich sagen... Stay away! Na komm! Na! Na! Lade nach! Was ist denn mit denen? So! Was war denn hier für ne Party? Ah! Augenparty! Wir haben Fernseher geguckt... Oh krass! Das könnten... Das könnte ein... Ein Ding sein. Das könnte ein... Ein... Ein Secret sein. Okay, so das Block von der anderen Seite. Wie gehen wir da rein? Äh... Äh... If you find yourself in the dark... You can... Äh... Oh nein! War das ne gute Idee? Schon wieder Dunkelheit. Ich hasse Dunkelheit! Äh... Alter, die Musik! Ja! First Aid Kit! Juhu! Eigentlich wollte ich noch gar nicht ins Schiff! Nur mal gucken! Nicht, dass ihr ein... Nicht, dass ihr ein Lisa-Eck gibt oder so! Na, ein Secret! Dass wir's verpassen! Ach so! Okay! Alles klar! Aber wo... Hä? Wofür waren wir jetzt da unten? Wofür... Was? Also wegen... Medipack oder was? Na gut! Haben wir das auch gesehen! Sehr schön! Ähm... Ich frage mich, ob ich planschen gehen soll erstmal und dann nach oben. Ich geh erstmal ne Runde planschen. Komm! Ich kann sogar ein bisschen schneller schwimmen. Da könnte was sein. Bin mir nicht sicher. Da liegt was. Hab's doch gewusst. Ah! Ah! Enter a Secret Area! Also haben wir ja jetzt schon zwei dann, ne? So! Jetzt meine Frage, wie kommen wir da aus dem Bündchen? Lass mich in Ruhe! Keine Zeit für deinen Kappes! So! Dann würde ich sagen, geh mal nochmal nach oben! Den Finger nach oben! Und man wird dich loben! Juhu! So! Hüppah! 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 So! Davon haben wir noch zwei Schuss. Wir sollten sparsam umgehen. Ich rüste nochmal die Flinte aus. Oh! Armorplate! Nice! Aber die Amor ist mal so ratzfatz runtergeschossen. Bei uns. Nö, nö. Er stand einfach da. Bähballer! So, was ist hier? Okay. Also wer es gerne lesen möchte, der kann es gerne machen. Wie gesagt, ich werde es nicht übersetzen. Ich, ich... Dazu brauche ich viel zu lange. Ihr, ihr kennt meine englischen Kenntnisse. Und, äh... Davon hatte, habe ich, äh... Mehr als genug! Äh... Davon habt ihr mehr als genug ertragen. Über meine englischen Kenntnisse. Deswegen... Erspare ich euch das. Denn... My English is not the yellow from the egg. So! Nächste Etage. Da sieht aus wie ein größerer Raum. Das ist, glaube ich, die Küche, ne? Oh, Alter. Das muss so stinken. Na? Ich sehe dich doch! Ist es der, der dich denke, der es ist? Es ist er, ne? Warte mal. Äh... Oh nein. Da kann ich nicht durchwerfen, ne? Oder? Weißt du, ob der Schaden nimmt? Er kommt. Oder auch nicht. Er ist, glaube ich, sauer. Kann das sein? Hallo? Boah, lass mich! Boah, Alter. Alter, wie er durchdreht. Oh, ich habe keine Muni mehr. Ahaha, tschüss! Just a moment, please. Äh... Der ist ja noch da drin am rum existieren, ne? Hier! Möhm, 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 möhm. Ja, da bringt dir dein Dings auch nichts mehr. Oh, was hat er denn da gedroppt? Das kann ich nicht mitnehmen. Schade. Ja, super. Was ist denn das? Weapon-Parts. Ah! Kann das sein, dass wir das brauchen für... fürs Upgraden? Mist, schon wieder nichts an den Dings. Wieso kann ich das hier mitnehmen, dieses Gepixelte? Naja, egal. So, haben wir den auch erledigt? Hätte nicht gedacht, dass der Kettensiegeheims hier auch nochmal kommt. So, was haben wir hier noch? Schönes. Hier ist gar nicht. Kann nicht einmal rumlaufen. Lalalala. So. Ab nach oben! Ab gleich in die... Was? Okay. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ihr könnt ja... Ihr könnt das Video ja pausieren. Und könnt euch das ja dann durchlesen. So, oben zum Ketten komme ich anscheinend nicht, oder? Obwohl, da stehen noch welche drin. Hallo. Ah, der guckt mich sogar an. Kann ich hier die Bretter wegkloppen? Warte. Ja, das geht wohl lieber. Hab doch nur gedacht. Hahaha. So, die Frage ist, wie komme ich da rein? Ich würde da gerne rein. Oh, der Tür steht nichts, ne? Oder? Oder ist da ein Schloss vor? Weil warum sollten die Schloss von innen rein machen? Verdammt, wie kommen wir da rein? Ich will da rein. Steht irgendwas auf dem Zettel? Ich will da rein. Na klar. Obwohl jemand gibt den Knallnacken gelesen, der extra Kopie der Krasskader. Ah, ok. Und der Knall wird sich zu einem Knall gezogen. Oh, da hinten sind auch welche So, warte mal Wir müssen eh schwimmen, ne? So Let's do this shit Puhah, bin der Hulk So, meine Freunde Ich hab euch gesehen, von Weitem schon Zeigt euch Oh, oh Ja, Mann So läuft das hier bei uns Im Westen So Im wilden Westen Oh, wir haben noch mehr Amor, ne? Das Graue steigt immer mehr Äh, da haben wir auch wieder Sechs Schuss, sehr schön Und Bei Ja, hier müssen wir mal nachladen Ich find die ganz geil Ich hab sie irgendwie lieb gewonnen Ist hier noch irgendwo ein Secret? Ich gucke mal eben Dass ich hier irgendwas verpasse Ah, sieht nicht so Secret-tich aus Secret-tich Ist die Mainzahl von Secret Secrets So Nein Keine Ahnung So Okay Das heißt, wir müssen jetzt hier lang Waaat Warte mal War hier noch was? Ne, ne? Aber wir springen wieder aus dem Wasser Wie Hulk Hogan Huah Moin Trotz noch Noch ein Kandidat ohne Fahrschein Alter, ernsthaft? Einen Schuss haben wir noch So Wie viel haben wir denn an Secrets? Zwei von sieben Hä, wie geil Mit der Musik Hört ihr das? Wenn ich ins Menü gehe Voll gut Halt, ich hab keine Muni mehr Ah Hey, schieß dir noch ins Bein Was will er denn? Ähm Okay, das hat ihm Bei ihm gar nichts bewirkt, glaube ich Lacht da unten noch Medi? Ja, da unten liegt da glaube ich noch Medi Back, ne? Genau, so Oder First Aid Kit Sehr schön So Ich lade nach Äh Haben wir noch ein bisschen irgendwie von dem hier? Ja, ne? Was ist denn hier schon wieder für eine Grillparty? Hey, ich bin nicht eingeladen Was ist denn da los? Toll Ihr feiert wieder ohne mich, ne? Richtig schön schwarz geworden Die Wurst Meine Güte Verdammt Ich ärgere mich, dass wir nicht auf die Brücke gekommen sind Aber vielleicht finden wir den Schlüssel ja noch Wer weiß das schon So, dann würde ich sagen Gehen wir mal wieder hier in so eine Art Biene I need the key I need the key Give me the key I fly with you With the key Wo kriege ich denn den Key her? Wahrscheinlich in einer Dingskajüte Okay Das heißt, wir müssen erstmal den Den Schlüssel vom Von der Captain Launch Von der Von der Dings Ach, wie nennt man das denn nochmal? Mein Gott, ich komm nicht drauf Vom Vom Ach Ich Ähm Gott, ich werd alt Mein Gott, wie nennt man das denn nochmal? Mein Gott, ich Ja gut, ist ja auch egal So, äh Steuerraum Steuerraum? Ne Ach Egal So, wer von euch Nasen hat denn hier nen Dings? Hat denn hier so nen Sag mal hier so nen Käpteneigen Da oben haben wir auch noch nicht, ne? Wo kommen wir denn da hin? Da muss man ja auch noch irgendwie hinkommen Die Frage ist nur, wie? Vielleicht von ganz oben? Äh Na, das war ja großartig Das war ja ganz toll Kann ich eigentlich den Knopf betätigen und dann rausspringen? Ne, ne? Die Kisten kann ich nicht grabben Achso Da geht's nicht lang Schauen wir mal, ob wir irgendwie nach oben kommen So, da haben wir schon aufgeräumt So, warte mal Von hier aus müsste Ja Ja Na, schon mal einer, guck Ist aber nur ein bisschen Lebensenergie Also First Aid Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir den Schlüssel herkriegen Oh Secret Area Alter Schwede Shotgun Shells haben wir bekommen Nice Aber für die, für die Für das normale Gewehr haben wir nichts bekommen, ne? Grab Ah, ich kann eine Tonne von da rein Coast grabben Das ist ja ganz toll Aber wo ist der verdammte Schlüssel? Dadadam Mach die Tür auf Er hat ja keinen Schlüssel bei sich gehabt, ne? Ne Hier war sonst auch nichts Ich guck mal in die Kisten Gut, aber in den Kisten ist glaube ich auch Sonst glaube ich auch nichts drin So, das First Aid Kit So Gut Heißt also, wir können wieder runter Oh, da ist der Schlüssel am Meeresboden Das kann ich mir gar nicht forsch Das wäre Bumbug Nein, da geht es nicht zurück Ich muss runter springen Yay So, gucken wir uns klappen wir noch mal alles ab Also, da unten waren wir ja gewesen Bei den Kisten unterm Schiff Das war ein Secret Oben Aber im Secret finden wir ja keine Schlüssel Müsste ja wenn dann sehr offensichtlich sein Steht da hinten noch einer? Oder ist es nur eine Lampe? Genau, da unten war ein Secret Das ist nur ein Fass gewesen, ne? Okay, aber wo soll Wo soll denn der Schlüssel? Haben wir? Wir haben keinen Key, ne? Key Items haben wir keine Ja Da müssen wir mal gucken Hier irgendwo wird der Key schon zu finden sein I've got my key in my pocket I've got my key in my Tash I had no key in my pocket And I feeling so trash So So, was mit euch Pappnasen, die hier rumliegen? Habt ihr noch irgendwo einen Schlüssel? Hier Ihr verbrannten Barbecue-Leichen Zelt können wir nicht reingehen, ne? Ne Okay Hm I need a key But I have no key Where can I find this key? Bitte da hinten Wow Au Oder vielleicht da hinten nochmal gucken Das war mir einfach zu simpel hier Dass es einfach nur Nur Items gab hier Aber anscheinend Ist ja auch nichts außer Bierflaschen Äh Und hier ist auch nichts Okay Gut Jetzt bin ich ein bisschen befragt Wo könnte der Schlüssel sein? Die Etagen haben wir alle abgeklappert, ne? Glaube ja Kann zwar nochmal gucken auf dem Schiff Aber ich meine Ich meine, wir haben alles Alles erwischt So, warte Oh Hier unten war ja, glaube ich, keine Tür, ne? Ach doch Stay away Warte mal Ja, wie hat der denn jetzt getreten? Warte mal, wie er getreten hat Was ist das? Ach, Seife Oh, ich hab die Seife fallen lassen Irgendwo ein Secret oder so noch Da waren wir schon drin Yeah, man Ja, man Lampen brauchen wir nicht mehr Hm Okay, ich gucke jetzt alle Räume nochmal nach In die Uhr So, die Leiter war ja broken, ne? Da kamen wir nur von da lang Nach oben In die obere Etage Ist das ne Kiste da oben? Oder ist das Nein Yeah, komm her Wollte es wieder einfangen Aber ging nicht Geht nicht Okay, einmal mit tätig Geht's nicht Ist kaputt Haben wir kaputt gemacht Toll Großartig So, jetzt Äh, ja Sind wir wieder hier auf dem Schiff Hm Da gucken wir nochmal hier bei den Jungs Ob die hier irgendwas haben Außer die Notes Mr. Sullivan Äh, ja, okay Mhm, 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 mhm Ja Aber hier in den In den Chests Sind keine Schlüssel Hier auch nicht Nein Okay Hätte ja sein können Man weiß es ja nicht So Dann gucken wir nochmal hier Achso, das war er Ja, da wollen wir nicht gucken Da waren wir ja schon Sonst ist auf der Etage Glaube ich auch nix, ne Ne Na gut, und jetzt kommt oben Nur der Käpt'n Bereich Was steht denn hier geschrieben? Äh, remember being offered Anyone who is able to locate The extra copy of the bridge key Gordon is in our procession But the former ship Käpt'n Had said as well Had said as well It is of the Atmost Improvement that Is located As security of our opinion Ne, nicht unter security Also, weil Until it is found We suspect The captain likely hit Low deck When we Command reserve So any interested Ich hab'n likely hin Below deck Also unter deck Also unten Oder was Oder was Oder wie Oder warum Oder weshalb Oder Au Ich werd'n gleich sterben Wenn ich so weitermache Aber hier ist doch nichts Oder ist dahinter noch irgendwas? Ist dahinter irgendwas? Es zieht aus, als könnte man da durch Aber es ist ein Bett, ne? Wo ist der Schlüssel? Wisst ihr was? Ich würd' sagen, wir machen hier an der Stelle ne kurze Pause Und Dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder Ja, Kaltik Ich glaube, ich werd' noch ne Folge aufnehmen Auf jeden Fall Und Dann schauen wir mal, dass wir den Schlüssel finden Dass wir da vielleicht in die Mine kommen Oder in die Brücke Genau, Brücke heißt es so Bei Kultik hier auf dem Schiffchen Und dann seid ihr auch wieder dabei Also Bis dann Tschüss